So, wir sind jetzt hier im Auto. Ich bin hier mit meinem Team unterwegs zum neuen A&M-Firmenstandort. Wir bleiben natürlich hier in Hannover, bleiben Hannover treu. Nichtsdestotrotz, wir sind ja für unsere Partnerbetriebe in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv. Und wir sind ja sehr digital aufgestellt. Das heißt, wir betreuen unsere Betriebe auch regelmäßig in Gesprächen und in Telefonaten und zum Beispiel auch über digitale Besprechungsräume wie Zoom zum Beispiel. Und haben da eben so diesen digitalen Austausch. Und jetzt brauchen wir aber für unser Team von der A&M. Wir sind mittlerweile 30 Angestellte bei der A&M. Und da brauchen wir einfach mehr Platz, einen neuen Standort, um da wachsen zu können. Und ja, das ist natürlich auch immer ganz wichtig, gerade auch für uns, dass wir eben ein schönes Umfeld auch haben für unsere Teammitglieder. Dass sie sich auch wohlfühlen. Und das ist eben auch für uns wichtig als Agentur letztendlich, dass wir eben auch in der Lage sind, Mitarbeiter zu finden. Das ist ja auch immer ganz wichtig, was für ein Umfeld bietet man auch den Mitarbeitern, dass sie sich wohlfühlen. Also auch in deinem Betrieb, wenn es dort schön eingerichtet ist und die Leute sich wohlfühlen, dann ist das ja auch eine Möglichkeit, dass du auch mehr Bewerbungen bekommen kannst. Weil einfach die Leute sehen, hey, da sieht es cool aus, da möchte ich gerne arbeiten, das kann ich mir gut vorstellen, da zu arbeiten. Und ja, wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg dahin. Wir nehmen dich jetzt mal mit und ich werde dir gleich ein paar Eindrücke zeigen. Ich war ja jetzt selber auch lange nicht mehr da auf der Baustelle. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze mittlerweile aussieht. Wir haben da so ein Open Space Büro, 1000 Quadratmeter und ja, wird sehr, sehr cool. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen dich jetzt einfach mal mit und zeigen dir, wie es dort auf der Baustelle aussieht. So, ja, wir sind jetzt hier vorm neuen Büro und du siehst schon, hier sind lauter Handwerker auch noch zu Gange. Die werden jetzt hier auch, während wir drin sind, noch fleißig arbeiten, alle möglichen Gewerke, also viele Sachen, Elektronik und so weiter, wird gerade noch gemacht. Es wird Trockenbau, wird noch gemacht, Verglasung und so weiter. Das schauen wir uns jetzt alles mal an. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt aussieht und ja, wir gehen jetzt einfach mal rein. So, herzlich willkommen jetzt hier im neuen Büro. Ich führe dich jetzt mal ein bisschen rum. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil es ist jetzt auch schon längere Zeit gewesen, dass ich nicht mehr hier war. Und ja, ich zeige dir gleich mal hier die Fläche, was wir hier alles vorhaben. Und ja, ich würde sagen, los geht's. So, also im Endeffekt, wir haben hier eine Fläche, das sind knapp 1000 Quadratmeter. Da haben wir eine Menge Platz für neue Teammitglieder. Und was du jetzt hier auf der linken Seite siehst, ist quasi so unser Herzstück, nämlich das werden die Besprechungsräume für die Beratungsgespräche. Ja, jeder Partnerbetrieb, der bei der A&M interessiert ist, über eine Zusammenarbeit mehr zu erfahren oder herauszufinden, wie viel Potenzial eigentlich in seiner Region steckt, im Bereich Neukundengewinnung oder Mitarbeiter, ja, welche Fachkräfte sind dort verfügbar. Da führen wir dann eben Strategiegespräche durch, ja, und das sind wir, also wir sind ja sehr digital aufgestellt. Und das machen wir dann hier eben in diesen Besprechungsräumen, ja, also unsere Kunden und Interessenten, die kommen eben nicht zu uns, sondern wir machen das eben komplett digital, ne, und das kennst du vielleicht so aus Zoom-Gesprächen, digitale Beratungsgespräche sind das dann, ne. Und das sehen wir hier im Prinzip, der Rest hier der Fläche, dort werden im Prinzip auch Teammitglieder sein, die die Vorgespräche führen, ja, ob überhaupt eine Zusammenarbeit Sinn ergeben kann, ja, was man auch so für Vorstellungen hat, also welche Bedürfnisse man konkret hat, so eine Art Bedarfsermittlung wird gemacht, ne, wie viele Fachkräfte suchst du eigentlich, in welcher Region bist du und, oder wie viele Neukunden möchtest du eigentlich gewinnen, ne, und in welchem Preissegment und so weiter. Da machen wir dann so eine Art Bedarfsanalyse. Und wenn wir merken, dass das eben Sinn ergibt, dann machen wir eben Beratungsgespräche auch, Strategiegespräche, wo wir dann eben zusammenschauen, okay, wie viel Potenzial können wir in der Region eben erreichen, was können wir dort realisieren. Hier wird noch eine Küche hinkommen, ne, das muss man ja auch im Prinzip haben, damit das Team hier im Prinzip auch, ja, Mittag essen kann und so weiter. So muss man sich das im Prinzip vorstellen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu unserem zweiten Herzstück. Das ist sozusagen hier in zwei geteilt. Wir haben hier auf der einen Seite quasi so den Beratungsbereich, ja, wo wir eben mit neuen Interessenten auch kommunizieren und die Strategiegespräche durchführen. Und jetzt gehen wir hier vorbei an dem guten Handwerkerradio. Weiß nicht, ob man das hier auf dem Video hört. Und kommen hier in den zweiten Bereich, also das ist die zweite Hälfte. Und hier wird im Prinzip, ja, hier entsteht sozusagen die Magie. Ja, hier machen wir Fachfirmen und Handwerksbetriebe eben zu den stärksten Unternehmen in der Region, indem wir hier eben die Werbekampagnen machen. Ja, also im Prinzip die Mitarbeiterkampagnen. Hier wird das Marketing-Team sitzen, ja, und auch sozusagen die Marketing-Spezialisten, die sich darum kümmern, dass du eben Fachkräfte in deiner Region gewinnen kannst, ne, und eben auch neue Kunden über das Internet gewinnst, ja. Hier haben wir ein Team aus ungefähr 15 Leuten, die sich nur um das Thema Marketing kümmern. Und du siehst aber auch, hier ist noch ordentlich Platz zum Wachsen, ne. Wir haben auch vor, weiter zu wachsen. Hier ist auch das Team, was sozusagen die Interessenten, die sich dann melden, die vorab kontaktieren werden, ja, und dann auch schauen, ja, welcher Bedarf sozusagen da ist. Jo, und das sieht man hier alles noch nicht, aber man muss sich so ein bisschen mit Vorstellungskraft vorstellen. Also hier werden natürlich dann überall Schreibtische sein und so weiter und auch schöne Sofa-Ecken noch, wenn auch mal Partnerbetriebe hier bei uns sind, ne, dass man dann eben auch schön beisammensitzen kann und auch Gespräche und Strategien durchsprechen kann. Also wir haben auch, wir veranstalten ja auch den Fachfirmenkongress zum Beispiel hier in Hannover. Da wird es dann auch so sein, dass wir dann einige Partnerbetriebe hier bei uns im Büro noch, ja, mit dabei haben werden, die uns hier auch mal besuchen. Ja, im Prinzip ist das hier auch schon grob das, was man jetzt zeigen kann. Also wir haben hier wirklich das Büro von Anfang an, also unser Hauptquartier, unser neues, von Anfang an mitgestalten können. Das war ganz cool. Wir waren auch im engen Austausch mit den Handwerkern. Auch einige unserer Partnerbetriebe sind hier eben als Dienstleister mit dabei, als Handwerksbetriebe, ja, zum Beispiel die Küche und auch im Elektronikbereich und so weiter. Das ist also schön, wenn man da auch eben dann auf der Ebene zusammenarbeiten kann. Ja, also wir unterstützen die Betriebe eben dabei, neue Kunden zu finden, mehr Fachkräfte zu gewinnen und so weiter. Und die Betriebe haben uns hier eben auch geholfen, unser neues Hauptquartier auch wirklich schön zu gestalten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, das Ganze ist hier im Rohbau gewesen. Das ist ein Neubau, ja, und wir konnten das eben so nach unseren Wünschen hier gestalten, wofür wir sehr, sehr dankbar sind, was eben eine sehr, sehr coole Möglichkeit ist. Und ja, das war letztendlich hier auch schon die kleine Rundführung von dem neuen Büro. Noch ganz fertig ist es natürlich nicht. Wir wollten dir nur mal so einen kleinen Einblick geben, ja, wie es auch bei der A&M weitergeht, was so unsere nächsten Schritte sind. Ja, das ist für uns ein großer Meilenstein auch, weil wir eben von einer kleineren Fläche jetzt hier in so eine riesengroße Fläche, für uns riesengroße Fläche in einem schönen Umfeld umziehen. Ja, also wir sind auf Wachstum aus, wir wollen weiter Gas geben und wenn du sagst, du hast Interesse am Thema Fachkräftegewinn in deiner Region oder wenn du sagst, du möchtest auch noch mehr lukrative Aufträge schreiben, dann melde dich gerne mal bei uns, weil dann können wir dich auch dabei unterstützen, ja. Hier aus diesem neuen Office natürlich besonders gut, ja, mit besonders viel, ja, Open Space sozusagen. Das wird sehr, sehr cool. Und ja, wenn du Bock hast auf das Thema, dann melde dich gerne mal bei uns. Klick mal hier unter dem Video auf den Link am-beratung.de, dort kannst du dich eintragen. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, für eben eine Potenzialanalyse. Da schauen wir, welches Potenzial eigentlich in deiner Region verfügbar ist, ne, für Fachkräfte und für neue lukrative Aufträge. Und dann schauen wir eben, wie wir dich dabei unterstützen können, ja. Also klick gerne mal auf den Link und melde dich. Ich freue mich da auf das Gespräch. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat oder wenn du Fragen hast, schreibe auch gerne mal unten in die Kommentare. Und lass unserem Kanal ein Follow da, ja, folge uns gerne, abonniere uns gerne. Dann bekommst du auch die weitere Entwicklung des Büros noch mit. Und ja, ich sage vielen Dank, dass du mit dabei warst, mit zugeschaut hast. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.